Hätte ich irgendwas machen sollen? Das Spiel sagt doch, dass ich ausweichen soll. Ich dachte, das wäre jetzt eine Cutscene oder so. Keine Güte. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Häffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Ich muss die Wunde verbinden. Einen Ressourcen. Diese Blätter sollten die Blutung stellen. Also die Lara hat ja echt Ahnung von allem irgendwie. Ich muss die Ahnung von allem irgendwie. Ich muss den Weg an den Bären vorbei. Findest du ja einen Weg an den Bären zu besiegen. Feste Draufhau. Trinkt bestimmt was. Trimber Feste Draufhau. Nicht. Nicht. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Na. Ja klar. Ja. Mach doch. jetzt glaube ich die hülle wo man gerade eben schon fahren fuchsicherheitshalber noch mal ja ja das ist die hülle englisch müssten ja schon genügend pilze haben ich weiß jetzt gerade nicht ob das spiel den ein pilz da nicht gezählt hat oder 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 aber soll ich nicht erst mal noch pilze sammeln irgendwie ein ach so ihr habt anscheinend schon genug ich hätte doch gerade nur zwei von drei sollen das oder die was die dann das ist gibt es beide wir können eine neue fähigkeit aus nämlich doch bleibt das aber nicht dass du mir hier erfrierst was ist passiert du machst mir angst etwas sehr wichtig eines tages ich will das gar nicht verstehen ich will nur dass du aufhörst sei wieder mein das ja Ja, Laufaiter! Los! Gehamsi! Laufaiter! Los! Schnapp sie euch! Vor allem in's Melton! Wie ist die Lage? Ober! Jetzt noch ein Kemp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein! Der Funk ist noch Instabil. Bleibt in der Nähe. Wir machen die Foto, bevor sie wieder auf Ruck took gehen. wird sie sich um sich um nicht entdeckt zu werden hey sex zentrale wir schrauben aus um die spur aufzunehmen die leichen werden jetzt automatisch gebootet na es müsste eigentlich sein gleich noch kämpfen sie sich an den trinity soldaten vorbei zu ich versuche natürlich erst mal zu schleichen macht meldung die einheimischen haben seilteilen gestellt das war eine falle ja ja und du bist 2 von 3 leichen und da vorne läuft die dritte leiche 2 habe ich für pc und playstation 6 das sind keine bauern wir wussten dass sie das funksystem angreifen müssen sobald wir hier waren wir brauchen ein aufstandsbekämpfung und du hast mich nicht gesehen du hast mich nicht gesehen wir machen uns bereit ich war auf dem ersten fluss nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Es waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Ja, der mit seiner tiefen Stimme. Aimless, danke für deinen Lurk. Ich hoffe, der Lurk ist stark in dir. Ja, ich habe Word Trigger drin. Eigentlich dachte ich, ich habe die rausgenommen. Kann sie mal schnell rausnehmen. Warte mal. Ich hatte die nämlich am Anfang drinnen, aber habe sie dann doch doof gefunden. Deshalb habe sie aber wahrscheinlich nicht überall rausgenommen. Ja, da ist er. Aber ich habe ihn davon müssen jetzt rausnehmen. Den oberen. Das wäre. Passt. Ich würde mir den Bot jetzt auch einfach auf den großen Monitor ziehen können, aber das wäre zu einfach gewesen. So. Jetzt sollte man so viel Lurk schreiben können, wie man möchte. Also ohne Ausrufezeichen natürlich am Anfang, ne? Oh, was ist denn das? Okay, hätte ich, hätte ich, hätte ich irgendwie nutzen können. Äh, kannst du wieder ablegen, Lara. Ist, ist okay. So, ich soll ja immer noch zur Höhle des Löw, ach, zur Höhle des Löwen. Ja, nee, ist klar, Ben. Zur Höhle des Bären. Okay, es funktioniert sehr schön. Passt. Ja. Ich dachte, ich habe die eigentlich überall rausgenommen, die World Trigger. Oh, da ist ja noch einer. Huch. Guten Tag, hallo. Hm. Hm, alle Teams auch noch ein. Die Einheimischen haben im Wald fallen mit. So, zur Höhle des Bären, nicht zur Höhle des Löwen. Kann ich denn irgendwie... Hab ich die Giftfeile jetzt ausgerüstet? Braucht die ja jetzt noch. Verdammt, er ist noch da. Ja, was hast du abortet, Lara? Ist ja noch irgendwas zu mit, nee. Tatsächlich. Aber ich bin voll. Hunter. Wo ist denn denn? Ich. Also, ich hoffe, die hat jetzt die Giftfeile ausgerüstet. Er ist zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn aus. R1, um zu schießen. Was? Ah, okay. Alles klar. Na? Berli! Berli, komm her! Oh Gott. Berli kommt! Berli! Berli! Berli ist müde. Berli muss schlafen. Ehrenfeld! Stellen Sie, hochentwickelte Ausrüstung, spezielle Outfits und so weiter. Ich kann auch Giftfeile einfach so herstellen. Das ist ja schön. Ich würde mir ja noch ein bisschen Fleisch mitnehmen, so zum Essen. Aber gut. Wer bin ich schon, um beurteilen, was Lara machen sollte. Wäre das eine Falle gewesen? So aus, ne? Äh, da. Äh, da. Weißt du, was im Teil 1 mit dem Schwein passiert ist, das mich angerempelt hat? Ich würde es mir überlegen. Gibt es einen Clip von? Guck ihn dir an. Danke an die Amnon für den Clip. Ähm, ich bin gerade ein bisschen... Wir müssen... da hin. Da hin. Guck mal, hier ist die Hölle, ne? Soweit, so klar. Ähm. Denkt mir gerade überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Äh. Was sind das dufe Lager? Das ist bestimmt nur eine total bescheuerte Zielangabe hier. Mit dem Überlebensinstinkt. Also wie in Horizon. Ja, sag ich doch. Wie in die Hüte. Fähigkeiten. Sag mal, wie schnell kriegen wir denn hier Fähigkeiten, Mensch? Aha. Was war ich ein Feind ohne Rüstung? Ja, das klingt gut. Meine lautlosen Kill erledigt wurden, werden automatisch ausgebündet. Oh ja. Das nehme ich. Ich mache gerne lautlose Kills. Das ist ein Hobby von mir. So, jetzt kann ich nämlich auch den Boden verbessern. Gewickelte Sehne. Herstellen. So, da kann ich nichts machen. Ähm. In den Tag. Kann ja auch nichts machen. Was? 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 Alter, was bist denn du für einer? Wo kommst du denn her? Beschwer dich halt. Ja, mache ich ja auch. So. Wo der hat die Hüte denn her? Ey, kann ich den Pfeil haben? Oder die Pfeile? Ich glaube, das heißt nein. Wisst mal, was essen? Alles Klassiks. Guten Hunger. Ähm. Kann mir denken, wo ich... ...wenn soll? Ach nee, warte mal. Die hat doch irgendwas gequatscht mit Höhle und Bär und so. Durch die Höhle vom Bär. Warte mal. Da war doch was. Das war es. Ich glaube, das ist... ...wennst du eine. ...wennst du das? Vielen Dank.